Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute spielen wir das bekannte Kinderlied Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Wald. Das Lied hat nur fünf Töne, C, D, I, F, G und wir spielen in jeder Hand das Gleiche, also Parallelspiel. Ich spiele es euch einmal vor. Im Tutorial zeige ich euch, wie es geht, also kommt her an die Tasten.